Moritz ist ein Spieler mit großer Mentalität. Er ist der beste Vorlagengeber in der zweiten Liga gewesen. Er hat nach seiner Erstliga-Zeit bei Hannover eine enorme Entwicklung genommen, ist gereift und hat dies einfach mit hervorragenden Leistungen bei 1860 München unter Beweis gestellt. Darüber hinaus ist er auch ein super Typ und ich bin mir sicher, dass er mit seiner Kreativität, mit seinen starken Tempo-Dribblings für einen guten Schub auch innerhalb der Mannschaft sorgen kann.